Wir machen weiter mit Beispiel Nr. 10, also Exponentiales Wachstum und Zephalprozessen. Jetzt machen wir Radioaktivität Zephal, also bevor wir anfangen, würde ich sagen, jetzt mal unsere Formel notieren. N bei Zephalprozessen ist N von T gleich N0, natürlich wie beim anderen, N0 mal, dieses mal B statt A, hoch minus T, weil das ist hier, es geht um Zephal, also kaputt gehen oder so was. Das werden die Werte runtergesetzt. Und warum B? Keine Frage, das wäre für wir Zephalwachstum, wobei wir, also Zephalzrat, wobei wir bei Wachstum Zuwachsrat hätten mit A. Okay, dann werden wir B benutzen. Also keine Frage, du kannst A benutzen, Hauptsache, dass du weißt genau, was du tust, da kriegst du immer die gleiche Antwort. Okay, jetzt legen wir los. Unser Beispiel, zu Beginn der Beobachtung besteht ein radioaktives Präparat aus einem Milliarde Atom. Okay, da haben wir hier N0, ja, da haben wir hier N, an der Zeit Null, ist gleich 1 Milliarde. Ich werde das abkürzen, ja, 1 Milliarde. Okay, natürlich bedeutet hier, dass T gleich N0 ist. Okay, sind wir hier, ähm, okay, nach 7 Stunden, also jetzt, nach C gleich 7 Stunden, das heißt, N7 Stunden, haben wir nur noch 750 Millionen. 750 Millionen, okay. Okay, also, ähm, okay, hier, ähm, Millionen, ähm, Millionen Radioaktive Atom vorhanden, ermittelt der ist das Zephalzgesetz. Wir wollen hier das Zephalzgesetz ermitteln. Okay, dann, äh, machen wir, genau so, benutzen wir unsere Form natürlich. Da haben wir hier, äh, hier unsere N-Welt, ja, werden Sie, N7, das heißt, wir machen hier N7, ups, falsche Farbe, weiß, okay, N7, N an der Zeit 7 Stunden, gleich hier N Null Stunden, ja, oder N Null, wie auch immer, mal B hoch minus T, ja, und die Zeit hier, äh, wäre dann von Null bis 7, okay, dann werden wir hier 7 benutzen als Zeit. So, Delta Zeit, Delta T hier, natürlich wäre dann T1, also T Ende, T, äh, minus T Anfang, wir werden gleich für Anfang A, gleich da 7, okay, so, 7 minus Null, also, äh, TN7 ist denn 757 Millionen, das ist hier gleich 1 Milliarden, ähm, das ist hier gleich 1 Milliarde, ähm, Milliarde, ne, 1 R und B, okay, mal B, das ist, wir suchen hier B, das ist hier unser Zerfallsgesetz, also, wir wollen das B bestimmen in unser Zerfallsgesetz, Gesetz schreiben, ja, also B hoch minus 7, okay, so, wir machen jetzt, ähm, 750 Milliarden Millionen, geteilt durch, äh, äh, 1 Milliarden, dann gibt uns hier 3 Viertel, ja, gleich hier B hoch minus 7, okay, dann brauchen wir hier Logaritmus, um das hier zu berechnen, okay, weil, ähm, 7, um B zu bekommen, wir müssen diese Prozent, diese Potenz heruntersetzen, okay, dann machen wir hier, multiplizieren wir hier alle beide Seiten mit Logaritmus, das bedeutet, das ist hier ein, ähm, Logaritmus von 3 Viertel hier ist 0,75, ist gleich minus 7, Logaritmus von B, ja, okay, dann, äh, Logaritmus von B, wenn man hier mit minus 7 dividiert, mal so, ein bisschen klärisch schreiben, also, g-7, dann bekommen wir hier, Logaritmus von 0,75-7 ergibt 0,041, das ist hier gleich Logaritmus von B, und hier, um B zu bekommen, trauen wir exponentielle Funktionen dazu, ja, da müssen wir eine E-Funktion dazu multiplizieren, um B hier von Logaritmus zu trennen, also, das bedeutet, dann Expo von 0,041 gleich Logaritmus von E hoch B, und dann B kann runterkommen, okay, also, das wäre dann hier, das bedeutet, dann E hoch 0,041 gleich den B, okay, und wenn man die Taschenrechnung gibt, dann bekommt man B gleich 1,0, B gleich 1,041, 1,041, okay, das ist hier unser Zerfaltrat, okay, dann schauen wir hier zurück, wir haben alles, wir haben NT, also, das ist die Funktion von Zeit, das ist die Funktion der Zeiten, das ist gar keine Frage, wir haben N0, ja, dann können wir nur noch, wir hatten gar keine B, B haben wir hier gefunden, können wir unser Zerfaltgesetz schreiben, unser Zerfaltgesetz bedeutet denn, also, wäre denn N gleich, also N von T, N mit dem Zeit, T, gleich, wir haben hier 1 Milliarde, 1 Milliarde, mal, B ist hier 1,041, das alles hoch, das alles hoch, minus T die Zeit, okay, oder minus 7, wenn man möchte, aber das haben wir, da wo wir hier mit der Zeit T geschrieben haben, müssen wir hier T haben, weil wir hier nur ein Gesetz ermittelt, okay, also, das ist hier unsere Antwort, ja, das ist hier, was gefragt wird, unser Zerfaltgesetz, N von T gleich 1 Milliarde, mal, 1,041 hoch, minus T, okay, also, danke fürs Zuschauen, nochmal, äh, alli, gede, und, äh, see you later, good night for a while, PokerDai, bye bye, bye bye, 1 Berg、 Será 1 Berg、 Vielen Dank.